Handball emeritiert in Frankreich Es war das Schicksalsspiel für die deutschen Handballfrauen. Gegen Tschechien gab es einen knappen Sieg, der das Team von Henk Kröner in die Hauptrunde führt. Die deutschen Handballerinnen setzten nach der erlösenden Schlusssirenne zum Jubeltanz an, beim anschließenden Siegerfoto vor den mitgereisten Fans schrien sie ihre Freude heraus. Dank des bestandenen Stresstests gegen Tschechien ist die Mannschaft von Bundestrainer Henk Kröner bei der emeritierten Frankreich in die Hauptrunde eingezogen und hat damit ihr Minimalziel erreicht. Ich bin super erleichtert. Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber wir haben 60 Minuten lang gekämpft und immer an uns geglaubt, sagte Kapitänin Julia Bunken nach dem 30.28, 16.16 Erfolg. Kröner sah auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Gewinn des letzten großen Titels bei der WM 1993 einen verdienten Sieg seines Teams, die Mannschaft gibt nie auf, sie kämpft für jedes Tor und jeden Zentimeter, sagte der Niederländer. Die Voraussetzungen vor dem Anspiel gegen die Tschechinnen waren eindeutig, mit einem Sieg hatte die DHB-Auswahl den Einzug in die Hauptrunde in der eigenen Hand. Doch der Druck war der zweitjüngsten Mannschaft des Turniers zu Spielbeginn anzumerken. In der Offensive fehlten Tempo und Druck im deutschen Spiel, erst nach viereinhalb Minuten fiel der erste deutsche Treffer durch Xenia Smits. Tschechien, das am Montag gegen Norwegen beim 17.31 die höchste Niederlage seiner Emeritiert-Geschichte kassiert hatte, wusste die Nervosität und Hektik der DHB-Auswahl zu nutzen und zog beim 7.12.17, zwischenzeitlich auf fünf Tore Weg. Ähnlich wie bei der Pleite gegen Rumänien, 24.29, am Montag ließ Deutschland in der Deckung zunächst die nötige Aggressivität und Konsequenz vermissen. Es dauerte bis kurz vor der Pause, bis sich die vor der Emeritiert personell ordentlich umgekrempelte deutsche Mannschaft stabilisierte. Vor allem dank der treffsicheren Rückraumspielerin Emily Bülk feierte Deutschland vor dem gegnerischen Tor mehr Erfolgserlebnisse. Im Tor bekamen die zu Beginn glücklose, dann aber immer stärker werdende Diener Ecke oder immer häufiger die Hand an den Ball. Bülk sorgte beim 14.14, 26., für den Ausgleich der sichere und cooler werdenden DHB-Frauen, die auch nach der Pause das stärkere Team blieben. Viele Zeitstrafen machten dem grüner Team das Leben zwar immer wieder schwer, doch dieses hielt sich dank einer starken kämpferischen Leistung stets im Spiel. Beim Stand von 21.19, 45., ging Deutschland erstmals mit zwei Toren in Führung und gab diese nicht anschließend nicht mehr her. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team